Willkommen zu Frequent Traveller TV in der heutigen Ausgabe geht es um die Lufthansa Miles and More Meilen Highlights November 2021 und die will ich euch einfach mal bringen und vorstellen wo ihr mehr Meilen bekommen könnt aber auch wenn ihr bei Miles and More Meilen ausgebt heißt also zum Beispiel im Shop dann auch weniger vielleicht ausgeben könnt wenn ihr das richtige Angebot nutzt wo wir gerade beim Thema Meilen sind wer bei Payback auch Meilen sammelt da gibt es ja genug Möglichkeiten über die Partner ihr wisst ja Rewe und so weiter da kann man die Meilen immer eins zu eins von Payback zu Lufthansa umrubbeln aber da sage ich immer hey macht es nicht automatisch warum weil wir jetzt zum Beispiel auch eine Aktion haben mit 25 Prozent mehr heißt also ganz einfach bekommt mehr Meilen wenn ihr von Payback jetzt das Ganze umrubbelt die Aktion selber ist natürlich kein Meilen Highlight aber ich wollte es euch einfach sagen weil die heutige Ausgabe sich natürlich um die Meilen mehr Meilen vor allem und vor allem mehr Status und mehr Punkte dreht also insofern wartet einfach nach dem Intro und wir steigen direkt ins Thema ein wie wir euch mit mehr Punkten und vor allem auch mit mehr Bang for the Points verarzten können mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier um euch mehr Meilen mehr Punkte und mehr Status zu bringen deshalb ganz ganz wichtig abonniert diesen Kanal wenn ihr wirklich keine Ausgabe verpassen wollt damit ihr immer wieder mit den neuesten Meilen Themen ja betraut vertraut aber auch informiert seid und heute gehen wir auf das Thema ein nachdem ihr die Glocke angemacht habt weil abonniert habt ihr ja schon und ganz ganz wichtig kommentiert unten damit ich eure Fragen auch direkt beantworten kann zu einzelnen Aktionen oder aber auch zu anderen Themen die mit Meilen Punkten oder Status zu tun haben und ganz ganz wichtig liked diesen Beitrag ganz ganz wichtig auch für den Algorithmus das erste Thema worum es geht das ist die Lufthansa Miles & More Kreditkarte da blende ich euch auch mal das hübsche Bild einfach hier ein damit ihr das seht die Miles & More Kreditkarte wer keiner hat sollte eine abschließen aber wartet bis es eine Aktion gibt warum sage ich das ganz einfach wer die Karte schon hat kann jetzt gewisse Aktionen sich sichern und zwar geht die Aktion vom 1.10. bis zum 30.11. wenn wir jetzt sehen hey das hatten wir doch schon letzten Monat ja natürlich aber die Aktion läuft immer noch deshalb sage ich es einfach wer es noch nicht getan hat sollte es einfach tun warum ganz einfach da bekommt ihr 4000 mehr Prämien Meilen 6000, 10.000 oder 15.000 Willkommensbonus also insofern das ist ganz ganz wichtig also ihr könnt bis zu 15.000 Prämien Meilen je neu gebuchtes Paket bekommen was für Pakete gibt es es gibt einfach dieses Miles Plus Paket dieses Miles Plus Paket heißt dass man sich 6000, 12.000, 30.000 oder 60.000 Prämien Meilen zusätzlich besorgen kann aber natürlich ist nichts umsonst im Leben das heißt also ihr müsst dann natürlich dafür zahlen das heißt also 59,90 Euro und das ganze müsst ihr für 12 Monate abschließen also da müsst ihr selber rechnen ob sich das für euch lohnt und diese Meingrenze ist natürlich mit dann immer per annum also pro Jahr gekappt nur damit ihr es wisst heißt also es gibt die Pakete 6, 12, 30 und 60 die man dann abschließen kann es gibt auch noch andere Pakete Travel Paket mit Travel Security für 2,90 Euro im Monat bekommt man 1500 Meilen zur Begrüßung damit kann man halt quasi eine Reiseunannehmlichkeitsversicherung abschließen aber lest euch die Versicherungsbedingungen durch damit ihr da nicht enttäuscht wird und es gibt auch ein Shopping Paket mit einer Shopping Garantie heißt also Preisgarantie aber auch Elektronikversicherung kostet 2,90 Euro also insofern da gibt es einige Angebote dann gehen wir doch direkt weiter mit dem Thema MyChallenge dann kriegt ihr natürlich auch logischerweise das MyChallenge Bild eingeblendet ich hatte euch ja mal meine MyChallenge gezeigt aber jetzt ist es in der kommenden Zeit mit der Reise und mit der Shopping Wünsche die man sich erfüllen kann mit dieser MyChallenge heißt also wer attraktive Angebote bei dem Partner Design Bestseller Hotels, Cars & Points, Lufthansa World Shop und Park Aero kauft kann dann über die App da dann auch nochmal 11.100 Premium Meilen extra sammeln Aktionszeitraum hier ist sogar auch wieder länger heißt also es fängt an seit dem 1. November aber es geht wirklich bis zum 28. Februar also ihr habt da Zeit die Angebote zu machen ihr kriegt das Angebot in der MyChallenge App da ist oben diese Leiste wo diese MyChallenge und so weiter drin steht dann gibt es ein Angebot aus dem World Shop für alle die wir Singles sind oder auch nicht ich weiß gar nicht ob das Voraussetzung dafür ist aber ich werde erstmal das Bild für euch einbringen die Dame die dann hier quasi in der Ecke ist vielleicht Single vielleicht auch nicht aber wer am Singles Day also dem 11. November ich wusste gar nicht dass der 11. November Singles Day ist dachte man 11.11.11 Uhr die Jecken sind los kann halt sparen und bekommt auf das teuerste Produkt im Warenkorb 20% Meilen Nachlass das ist das was ich sage wer also etwas auf Meilen kauft oder auf Punkte kann damit mit dem teuersten Produkt Nummer 20 sparen ich weiß gar nicht ob der nur einmal einzulösen ist Aktionszeitraum ist der 10. 11. und 11. also habt ihr zwei Tage Zeit das zu tun und der Aktionscode ist SD1121 wahrscheinlich SD für Single Day ja dann gibt es natürlich auch wie immer die Thematik dass es so eine Art Black Friday gibt das gibt es auch Black Shopping Days bei Lufthansa da gibt es Meilen Nachlass beim Lufthansa World Shop mit dem Aktionscode Shopping 21 da profitiert man mit 25% Meilen Nachlass auf hochwertige Markenartikel und innovative Produkt Highlights in den Airport Stores und hier geht es auch im Mindest um einen Satz von 4000 Meilen heißt also Aktionszeitraum vom 25.11. bis zum 1.12. also da solltet ihr dann auch drauf warten wenn ihr etwas kaufen möchtet unbedingt dann ist auch bei Lufthansa Meilen Nachlass irgendwie im World Shop schon Weihnachten angekommen ich habe auch schon die ersten Kekse gegessen und zwar Spekulatius ja ich glaube ich habe im August schon die ersten gegessen weil es die Shop gab gab es am EGK also insofern alles sehr sehr spannend aber lasst uns das Christmas Special gucken und da gibt es halt wirklich frühzeitige Geschenkmöglichkeiten ich habe das jetzt mal für euch versucht drauf zu ziehen klappt leider mit dem iPad nicht dass er das zieht so wie ich das machen kann aber da gibt es Angebote wie ihr schon auf dem Bild seht Uhren und so weiter und so fort da gibt es zum Beispiel den Xomi Meescooter Pro 2 oder den Meescooter 1 S549 oder für 449 Euro ihr könnt ihn auch auf Punkte kaufen und da gibt es dann halt spezielle Angebote und jetzt kommt etwas ich weiß nicht ich hatte es beim letzten Mal auch schon gesagt das ist ja etwas was oh das ist das falsche Bild wer macht denn sowas das richtige Bild ist es immer noch nicht wo ist das richtige Bild ich habe es doch ist es weg ich muss einmal kurz durchklicken durch die Bilder das ist doch unglaublich aber das macht es ja wieder spannend da ist das richtige Bild das ist das Bild was wir gesucht haben das ist der exklusive Genuss mit The Traveller Lufthansa World Shop und die Sansibar in Sylt haben da einen Whisky Rum und Co kreiert Kredenz den ihr da kaufen könnt ich glaube es sind nur Whisky und Rum ich habe den noch nie probiert ich wollte ja mit dem Hoffmeister glaube ich da einfach das mal probieren an dieser Stelle Grüße an Mario bestellt du es oder soll ich es bestellen ich schaue einfach mal und dann machen wir für euch ein Tasting das ist doch mal eine geile Idee aber wer das kauft kann diesen exklusiven Genuss sich sichern also nur solange der Vorrat reicht ist jetzt einfach ein Angebot aus dem Shop ist jetzt keine besondere Ersparnis drin deshalb gehen wir direkt auch wieder weiter zu den Beechester Village Shopping Collection ganz genau jetzt gucken wir mal ob wir das Bild richtig hinkriegen wie kann das denn passieren habe ich das Bild wirklich weg gemacht nee das hatten wir ja schon das hatten wir ja schon das ist aber unangenehm da ist das richtige Bild Mensch kommt ja noch also neben Ingolstadt Village Wertheim Village und Maasmechen Village gibt es in diesen Bista Village Shopping Collection die vierfachen Prämien pro Euro Umsatz beziehungsweise Pfund Sterling dazu gehören neben Deutschland die Villages auch in Belgien in Italien in Großbritannien Irland Spanien oder Frankreich das heißt also ihr könnt euch da wenn ihr einkauft vom 1.11. bis zum 31.12. ja an der Information die Meilen holen so hatte ich das verstanden dass das gemacht wurde weil die Aktion gab es ja öfters also insofern da dann ganz einfach nochmal schauen und jetzt haben wir den Kollegen auf dem Sofa der auf sein Handy verträumt guckt und dann wisst ihr ja worum es geht da geht es um Online Shopping da gibt es immer wieder die Möglichkeiten mehr Meilen zu bekommen und zwar sind das diesmal die höchsten die man bekommen kann 15-fache Prämien Meilen zum Beispiel in der Mega Meilen Aktion nennen sie das 15-fache das sind die 15-fachen in der Lampenwelt vom 6.11. bis zum 7.11. also zwei Tage oder im Depot 15-fache Meilen vom 6.11. bis zum 7.11. da gibt es da dann diese Möglichkeiten diese zum Black Friday ganz genau dann gibt es fixe Meilen Highlights wer zum Beispiel bei NetCologne Bild Plus für ein Jahresabo oder Welt Plus ein Jahresabo abschließen möchte kriegt 10.000 bei der Bild sitzt 7.500 und bei der NetCologne 7.000 wobei bei der Welt gab es ja auch schon mal mehr nur damit ihr was wisst damit ihr nicht denkt hey hättest du uns das vorher gesagt nein nein also da müsst ihr aufpassen aber wer das Abo abschließen möchte jetzt der kann halt da die 10.000 Meilen als fixen Wert mitnehmen wer jetzt sagt hm ich will lieber bei Lancome einkaufen bei My Photo Book oder beim Fotokasten der bekommt 10-fache Meilen 8-fache Meilen bei Burberry Stylebob oder bei Hallie Hansen auch hier vom 1.11. bis zum 25.11. und dann natürlich kann mit einem Black Friday Special ja 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 vom 26.11. bis zum 30.11. nochmal mehr sein gesammelt werden und da ziehen wir für euch doch nochmal die Infos einfach hoch und da gucke ich direkt auf meinen großen Monitor und da sehen wir es einfach während die Seite lädt dauert ein bisschen keine Ahnung da kann man in den Online Shops bis zu 30-fache Meilen sammeln und da solltet ihr halt immer wieder gucken ihr solltet über diese Meils & More Webseite gehen um dann auch wie gesagt das Angebot zu triggern und zum Black Friday was ja so eine amerikanische Geschichte ist wo es nochmal richtige Angebote gibt gibt es da ganz ganz tolle Sachen ja dann bei den Haar Hotels wie die so schön heißen da gibt es dann auch nochmal ja Hübschigkeiten hätte ich fast gesagt und zwar bei den Haar Hotels da gibt es 500 Meilen pro Nacht in allen teilnehmenden Haar Hotels wer im November, Dezember einen Aufenthalt in einem der Teilnehmenden Hotels bucht bekommt da 500 Meilen pro Nacht also der Zeitraum ist 1.11. bis zum 31.12. ja ganz wichtig und Marriott da gibt es immer noch die Aktion oder schon wieder eine Aktion da bekommt man 12-fache Prämien Meilen pro US-Dollar also bis zu bis zu ganz ganz wichtig Meils & More Teilnehmer die im November einen Hotelaufenthalt Marriott buchen erhalten 10-fache Prämien Meilen pro ausgeben US-Dollar und Marriott Bonvoy Mitglieder erhalten 2 Meilen pro US-Dollar zusätzlich das heißt also ganz schnell Marriott Bonvoy nochmal anmelden ich selber bin naja Mitglied und der Buchungszeitraum ist vom 1.11. bis zum 30.11. Reisezeitraum kann allerdings länger sein vom 1.11. bis zum 31.11. also da könnt ihr dann nochmal ganz klar sparen und wenn ihr sagt hey ich habe aber Bedarf an Hotels klar aber auch an Mietwagen der kann bei Hotels Cars by Points was buchen ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch weil es sich nicht unbedingt an Geschäftskunden richtet warum ganz einfach weil ihr keine Rechnung bekommt also insofern da solltet ihr das wissen und wer im November bei einem der 350.000 Hotels oder dann bei den 29.000 Mietwagenstationen 29.000 Mietwagen ich wusste gar nicht dass es so viel gibt erhält bis zu 20% Meilen Nachlass also von bis zu 50.000 Prämien Meilen der kriegt 10% wer aber ab 50.000 und einer einlöst der kriegt sogar 20% Prämien Meilen Nachlass und es müssen mindestens 3.000 Meilen eingelöst werden der Buchungszeitraum muss jetzt wirklich wieder im November sein also bis zum 30.11 aber der Reisezeitraum kann flexibel gewährt werden im Regelfall ist der Reisezeitraum immer 365 Tage maximal 364 so in dem Dreh ungefähr ja ich bin jetzt heute mal für euch durch galoppiert durch die ganzen Angebote innerhalb von weniger als 15 Minuten und ich hoffe da war für euch etwas dabei und ganz ganz wichtig abonniert den Kanal einfach und die Glocke an und wenn ihr Fragen habt zu einem der Angebote oder wenn ihr sagt hey Lars da ist etwas unklar das würde ich gerne wissen kommentieren ich antworte und vergesst nicht den Beitrag zu liken das war ein schneller Galopp eine schnelle Runde heute für die meinen Highlights im November ansonsten stay tuned wir werden wieder neue Folgen bringen vielleicht auch wieder einen Reisebericht wer weiß das also ich freue mich bis bald wieder auf Frequent Traveler TV und ich freue mich